Rainbow Mein, 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 liebe Freunde. Willkommen zurück im Trainingscamp der Tribletoner. Wir haben uns nicht abgesprochen, weil jetzt die Ansage kam, wir laufen wild durcheinander, craps. Nee, quatsch. Capuzi, sag was. Oh! Sollten re gang festlegen, wer wohin geht. So, ich hab. Es ist wahrscheinlich doch egal. Ich wollte ja nicht A gehen, aber gut, jetzt gehen wir B. Ich geh mit, äh, Geek Skirt. Auf B. Gut, da rusht B. Ja, genau. Dext zostarch oben. Julia? Darf ich noch ein Tipgeben? Stell dich hier rauf. Weil dann hast du, sie soll direkt auf die Ruhe kommen. Okay. Wie lang stelle ich denn hier? Ja, ich muss Angst haben. Fenster, ich guck, da sitzt einer. Okay, Stairs kommt. Ich hab nur noch paar HP, deswegen. Okay, Stairs sind, also Katas sind zwei. Also einer nur noch. Fenster. Ich dachte, da guckt einer drauf. Das Fenster ist keiner mehr, aber der Craps. Genau. Also das ist Katas, wo ich grad bin, Julia, kannst du schauen. Mitte kommt einer durch die Tür. Hab ich grade gesehen, jetzt ist das Fenster. Dann geh ich mal raus. Julia, schau mal bei mir, das sind die Doppeltüren. Schön gemacht. Und es gibt drei Spots, wo du decken sollst. Hier, hier und hier. Okay. Also das ist so, kaufen wir irgendwas? Ja, wir haben gewonnen, jetzt in Peace kaufen. Also wenn wir die erste Runde gewonnen haben kaufen, also wenn wir verlieren, kaufen wir nix. Kevlar immer, ne? Ist U und P okay, oder? Ja, also ich nehm halt immer P90, ich find die am besten. Wo war der hin? Wieder B? Ja, lass B, lass B, lass B. Okay. Ich hab ne Blend dabei, so ich geh wieder da reinwerfen. Genau. Doch nicht halt, weil jetzt hier ist noch keine dort. So, ich warte, weil ich die Bombe hab. Genau, einer deckt Stairs. Ich hab ne Granate, deswegen geht vor. Ich deck Stairs, genau. Ne, stopp, nicht gehen, nicht gehen. Verschieben, oder? Ne, ne, ne. Abwarten. Hat wer ne Flash? Ja, warte, Flash ist drin. Und jetzt lauf rein. Kann ich reinlaufen. Genau, direkt laufen, nicht lange fackeln. Okay. Stairs hab ich mir. Wow, da ist jemand auf B. Ich deck, ich deck das Loch. Okay, genau, genau. Fenster. Das Fenster, genau. Warte, show Steps, show Steps. Okay, das war... Komm. Guck ich Fenster. Schön. Warte, die sind alle über Stairs gekommen. Okay. Okay. Die waren über Stairs, ne? Die waren alle über Stairs. Gut. Kauf mir jetzt. Also, ich... Ja, genau. Ich verhalte meine noch... Wollt ihr noch mal B gehen? Wollt ihr es noch mal probieren? Ja, gerne. Können wir machen. Okay, gut, dann lass noch mal B. Das ist ganz gut funktioniert, genau, ja. Ich schneck die Blend, ich schmeiß die Blend, okay? Ich hab auch ne Blend und ich bin vor dir da. Dann schmeiß du. Ähm, ich werde Molotow auf die Stairs schmeißen, damit ich erst mal nicht hochgekommen. Na warte, ich deck schon Stairs. Muss nicht. Nein, 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 nein. Scheiße, ich bin trotzdem drin. Jetzt durch, durch, durch. Sonst zurückrennen wäre so... Habt ihr die Flash geworfen? Die Flash geworfen? Jaja. An der Tür, an der Tür, an der Tür. Mac Manus an der Tür. Oh, äh, Stairs, 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 Stairs. Ähm. Wollen wir nicht schauen. Legen... Oh, deckt... Ach, ich bin die Pappe. Scheiße. Ich deck... Ah, gut. Okay. Okay. Da nix. Aber nicht... Nicht da vorne. Lass ihn kommen, lass ihn kommen, lass ihn kommen. Genau so. Und einer muss, äh, Double Doors decken. Ah! Okay, nennst du bist der Letzte? Äh, Cutters. Da wer kommt? Cutters. AGP. Kommt jetzt rechts. Okay. Ich wollte auf Zeit machen. Bei dem ist, wenn du auf dem Spot, da wo er jetzt steht und defused, wenn du dich dahinter stellst, rechts daran vorbeizielst, kannst du in die Cutters wunderbar reingucken und hast ne gute Deckung. Genau. Schaut euch mal, dass es vor euch ist. Ähm, was meinst du mit Stairs? Stairs sind die Cutters unten, oder? Äh, lass uns A gehen. Was kaufen wir jetzt? Wieder MPs? Äh, also, nein, nein, nein. Ich kauf jetzt... Ich hab, ich hab... Wenn ihr Geld habt... Wenn ihr Geld habt... Es ist bei MPs am besten. Ich, ich, ich mag die P90 meistens. Was gehen wir jetzt? Gehen wir jetzt A, oder was? Ah, ja, lass an. Drei A lang und zwei kurz. Ich geh A lang. Jo. Ich würd' sagen, die Bombe geht A lang und hinter uns. Dann geh ich kurz. Nancy. Und Julia geht kurz. Und direkt durch. Zwei kurz. Vorsicht, da kommt was. Warte, ich will smoken. Warte, Flash. Lauf mir nicht rein. Jo, da ist einer. Ich bin Molly noch. Einfach weiterlaufen, weiterlaufen. Wir haben ein bisschen geflasht. Oh, da bin ich ver... Oh. Los, los, los. Ah, ah, ah. Einer, einer CT. Oh. Oh, da hat fast einer von uns geschossen. Oben ist noch einer. Wo bleib ich hier am besten? Stehen um den Durchgang hier zu... Der ist, 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 der ist. Der ist, der ist, der ist bitte. Ich plante. Entdeckt wer CT? Also CT ist dieser Durchgang unten. Dann schaut halt hier oben einer so runter. Das ist CT. Das mach ich halt. Ich guck alle an gerade. Gut, Horchi. Pass auf, pass auf. Ich decke kurz. Ich bin grün. Genau, genau. Genau, so ist es gut. Ah, unten CT ist noch einer. Okay, ja. Ich habe eine Smoke. Die war, glaub ich, schlecht. Ne, die war okay. Deckt wer kurz? Julia, bleib mal kurz, bleib mal kurz. Ja, ja, ja. Äh, Julia, das solltest du dich am besten dahinter... Julia, geh dorthin, geh dorthin. Wo? Ah, da, okay. Wann rennen wir weg? Bei den Häupt, genau. Das ist ganz gut. Da siehst du, wenn jemand kommt, kannst du immer in Deckung gehen. Ja. Okay, wir können langsam laufen. Lass uns über A lang laufen. Oh, da kommt... Und einfach zu... Kurz kommen, Leine. Ja, dann... Ist egal. Und zu Bumbe schon. Eben. Die Bombe ist exkludiert, der Rest ist egal. Ja. Ja. Äh, es hat halb halb geklappt, weil ich nämlich erst auf lang gegangen bin. Lass uns noch mal... Lass uns noch mal drei A lang, zwei A kurz. Obwohl schon da stand, dass wir gewonnen haben, hab ich trotzdem meine Waffen verloren, weil ich noch getötet wurde anschließend. Weil du von der Bombe gekillt worden bist. Nein, ich bin erschossen worden. Ja, genau. Gut, ich geh A lang. Okay, das heißt, ich bin noch nicht safe in dem Moment. Nein, 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 kurz. Aber wenn schon da steht, dass man gewonnen hat. Ich geh lang. Ja, ich geh auch kurz. Drei A lang, drei A lang. Wo soll die Bombe lang? Kurz lang. Geh weg, ich schmeiße Flash. Bombe geht immer lang, Bombe geht immer lang. Bombe geht immer lang. Pass auf, Flash. Geeksgurt, pass auf. Achtung, er ist im Pit, Pit. Oben ist AKP. Kann ich durch? Ja, AKP ist durch. Ist tot. Okay, äh, lang ist frei. Ja. Wurft's auch. Warte, ich werfe den Smoke. Nächstes Mal werde ich auch flashen, bevor ich um die Ecke renne. Das ist halt für Sniper. Okay, plant. Einer, ich decke kurz. Gut, ich decke CT. Ja, passt. Also du buchst CT, okay? Scheiße. Da ist noch urban. Ich hab nix gesehen vom... Hey, ist noch gute. Umbelegt. Sehr schön. Und einer deckt jetzt lang, einer CT und nicht der kurz. Einer ist neben Otto. Perfekt. Gut gemacht. Ach, wer Team ist, du hast mich jetzt kurz vor dem Herzinfarkt. Und wieso? Nur so, weil ich es gerade gesagt habe. Warte, Julia, kommt mal keine Waffe. Ja. Ich decke jetzt Mitte. Machen wir jetzt so. Zwei lang, zwei kurz und ich decke Mitte. Ich probiere es. Ich bin wieder lang. Hab ne Flash. Gehe ich kurz. Wo soll ich hin? Äh, lang und da kurz. Also zwei lang, zwei kurz. Ich geh wieder kurz. Okay. Ich geh auch kurz. Dann geh ich lang. Gut. Wenn ja lang noch jemand braucht, kann ich immer noch zur Notmacht verschieben. Kannst du Smoken in der Mitte bitte? Ne, ne, warte, du. Ne, ich, ich, ich sniper ja. Okay. Oh, okay. Ich geh, Anna ist, ich glaub wir sind auch lang, Anna ist B gelaufen. Nur Anna. Ich schmeiße die Flashbank, warte auf. Ja, okay, mach. Flashbank. Lang sind wir durch. Uff. Da sitzt McFly hinter den Kisten. Anna ist bitte. Warte. I'm gonna flash. Ich lass uns nachladen, Mist. Der sitzt hinter den Kisten. Warte, ich hab geflasht ja. Ja, ich seh ihn, aber ich erwische ihn nicht. Aha, sieh ihn, okay. Unten ist noch einer, aber jetzt seh ich. Ich geh, ich komm vor kurz. Okay, okay. Hab keinen gesehen. Ich hab die Bomber, hab sie gelegt. Ich guck mir wieder lang an. Passt. Ich geh, ich, Achtung, ich muss kurz nicht schießen. Scheiße, er hat mich. Okay, dann ist er CT, 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 CT. Ja, ja, ich hab hier gesagt. Da ist er. Schön gemacht. Gut gemacht, Nancy. Sehr gut. Die Galil ist gar nicht so schlecht, oder? Das ist, äh, warte mal. Welche, welche ist das denn wohl? Meine Ahnung. Achso, die, ja, die benutzen viele. Also ich denk, mach selbes Setup wie vor. Zwei lang, zwei kurz und ich denk bitte. Okay. Gut, dann geh ich wieder kurz. Ich komm auch kurz. Dann lauf ich wieder lang. Jupp. Mit. Ähm, ich hab die Bombe. Äh, Bombe geht lang, oder was? Ich warte, geht rein, lang, lang, alle rein. Also einer rein. Bombe, du entscheidest dann erst zuletzt, ob du kurz oder lang kommst. Äh, die sind alle A, die sollten alle A sein. Dann gehen wir jetzt B. Also ich mit der Bombe. Komm, was geflogen? Ihr könnt schon, aber... Müssen alle aufpassen. Ich lauf nach B mit der Bombe, ne? Irgendwie hab ich das Gefühl, ich bin hier gerade alleine. Vita nicht alleine. Achso, ich dachte, das wär auch... Und Sütze. Vorsicht. Ne, weil es ist ja doch keiner. Oh, scheiße. Ah, scheiße. Die haben ihre Position übrigens jetzt gerade gewechselt. Hab ich gerade gemerkt. Ich bin alleine auf lang und da kommt... Jetzt haben wir das Problem, dass die Bombe bei B ist. Ja, aber dann... Sag bitte nicht, alle sind auf A, wenn nicht wirklich alle da sind. Also nur, wenn ihr fünf gesehen habt, das sagen. Das ist ja blöd denn sonst. Er hat nur noch zwei Leute, die ihr killen müssen. Entweder so oder so. Vorsicht, dass McFly irgendwo. Ach! Einer ist, äh, äh, Kathos. Wir sind leider zu spät. Hab ich gar nicht mitbekommen, dass die auf einmal alle Richtung B gelaufen sind, seit ich war. Aber wir haben Kapuze noch, wir gewinnen. Kapuze? Ich bin schlecht mit da. Bei Kathos. Bei B. B? Ja. Und zwar Kapuze, äh, aber Kathos, direkt die Treppe oben um die Ecke. Also wenn du reingehst... Bin B, ich seh ja... Da saß grad der McFly, der hat mich... Ich seh niemand bei B. Ja, dann such dir ne gute Position. So, Juli, pass auf. Äh... Die sind Kathos, die sind Kathos. Okay. Einer ist noch drin. Sehr schön. Nice. Ja. Wär besser gewesen, jetzt grad eben, du wärst über unten gegangen und einer wär von oben gekommen. Ja, ich hab... Ja, ich weiß, ich hab vermutet, dass der eine bei den Stairs schauen wird, deswegen hab ich nicht gesagt. Okay, warte mal. Wer dem ist, ihr werft die Waffe weg. Du hast jetzt... Drück G. Ich hab ja aber gerade gesagt, dass einer Upper Kathos ist. Ja? Ja? Cool. Passt, passt, passt. Okay, wieder selbes Setup. Ich hab grad... Gut. Bin wieder A lang unterwegs. Ähm, geh mal vor mir, bitte. Ich komm nach dir, wer dem ist. Äh, die sind alle A lang, die sind... äh, die sind alle A. Es ist nur einer B gelaufen. Einer B? Dann werden wir über Mitte, äh, ähm, B gehen, oder? Ja, lass über Mitte B, ja. Also wieder zurück und Mitte und dann, äh, durch die, durch die Mitte durch und dann bei den Stairs rauf. Ich geh Kathos, äh, B. Lass mich vorgehen. Kommt einer mit? Ja. Hier lang zur B. Vorsicht, Julia. Hier links ist einer. Vorsicht. Go, B verschieben. Hab'i. Super gemacht. Komm mit, komm mit zur B. Rein, 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 rein. Julia, komm mit. Warte, Flashbang, ne? Noch nicht? Nicht nötisch. Ich bring deine und wer die müsste, wenn wir immer ein bisschen toller anwechseln. Danke für die Flash. Ich hab' die Bombe gelegt, B. Ich guck, äh. Go, go, go. Ah, lol. Okay, einer deckt Werf, einer deckt. Ja, okay. Ich steh'n Fenster. Ich deck' Kata. Oh, das schlug, nenn die. Ich lade noch kurz nach. Mach' die, die Topfüren. Kata unten. Hab'ih'n. Super. Gut gemacht. So ist es gut. Oh, 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 oh. Dass er zusammenbleibt. Okay. Ähm. Das mit dem Verschieben übrigens... Lass uns jetzt aber beben. Lass uns jetzt aber beben. Okay, okay. Die sind die ganze Zeit angegangen. Und denk dran, der wird wahrscheinlich jetzt gleich wieder so ne Feuerding ins werfen. Also, wir müssten jetzt nicht steppen in den Tunnel reingehen. Das wäre nicht schlecht. Wollen wir einfach jetzt langsam machen. Scheiße. Weißt du? Ich hab'n Rauch dabei, falls er Dings macht. Ja, aber da haben wir nen Rauch und haben den Nachteil, dass wir nix sehen. Mhm. Warte, sollen wir uns ankündigen, oder? Okay, da kommt die... Kommt ne... Brand. Einfach stehen bleiben und warten, bis der Brand weg ist. Ja, ja, warte, warte, warte. Ich guck' so lange Kata unten. Warte, Kata. Ich hab' die Flash bereit. Okay. Hey, Flash ist drin. Einer ist Kata, sollte ich bloß mal aufhören. Ja, ich guck' gerade nach. Ja. Ja, ja. Das war ne... Nice. Wo ist der? Wo ist der? Achso, ist tot. Muss dann ja nicht hier drin auch einer den Durchgang wieder... Cutter! 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 Ich decke Fenster! Ich... Ich... Nehm' Kata. Ich... Okay. Ja, Kata ist einer. Unten. Der kommt von... City. AGP kommt von City. Oh, das war's auch. Okay. War jetzt nicht grad die Premium. Ja! Kata! 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 Ich hab' ich ziemlich erschrocken. Zwei Stück! Kata! Kata! Zwei Stück! Ah! Ich hab' trotzdem noch einen Weg. Der Craps. Das sind nur noch zwei... Shit! Ja, ich hab' mich ablenken lassen. Ne, jetzt hinter dir, hinter dir, hinter dir. Äh, da. Genau, da. Gut gemacht. Jetzt weg da. Ne, jetzt hier, lauf, 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 lauf. Und umdrehen zur Brombe gucken. Warte hin. Ja. Sauber. Sehr schön. Sehr schön. Uh. Uh, lauf, 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 lauf. Oh, der Arsch, ey. Ich mach' nix. Das ist egal. Wir haben die Runde gewonnen. Ja, trotzdem. Es kost' halt Kohle. Ach, naja. Ja, geht wieder B. Ich steck' wieder bitte. Alles klar. Okay. Ich hab' ne Flash dabei. Guck' mal, wie viel gehen B. Kapuze, weißt du das? Ja, zwei Gmb, zwei Gmb. Drei Gmb. Okay. Kommt. Zwei Gmb. Einfach warten. Ne, von denen. Julia, von denen. Okay. Gut. Flash ist bereit. Ich guck' auf Kata. Und, go. So. Wie viele seht ihr da? Nie. Ah, ich hab' zwei gesehen nur. Oh, drei. Drei. Vier. Einer kommt jetzt gleich Kata. Ja, jetzt kommt einer Kata unten. Ich treffe ihn einfach nicht. Wie viel seid'n ihr noch? Drei? Äh, verschiebt doch einfach mal über... Scheiße! Kata unten kommen einer oder zwei. Nicht, Julia, nicht. Nicht. Macht folgendes, geht über T-Spawn. Über unseren Spawn, wo wir gekommen sind. Du bist fast tot. Julia, wenn ich hinknieße, siehst du, kannst du besser zielen. Ja, zu spät. Ja, aber da kann der Opa so'n Kopf treffen. Ähm, Caputa? Ich bin der Letzte. Ja, Save die Awe. Du bist, die sind... Es sind noch drei. Megmeinus ist so gut wie tot. Der hat nur noch ein paar HP. Wir haben eine Runde erst verloren. Save die Awe einfach. Da haben wir genug Geld. Nehm' die doch mit! Die Schweine! Ähm... Gibt der Kapuzen? Wo um die Kapuze hoch? Jetzt kann er stehen, das wird klar. Ne, guck mal, wo die Bombe liegt. Guck mal, wo die Bombe liegt. Da, da werden sie sitzen. Unter dir vielleicht? Ah, ah. Mit der Scheiß nicht. Das liegt... Die liegt ja drin, weißt du? Warum soll das hier so sein? Die machen sich doch hier nicht zum Ziel. Ist ja Quatsch. Genau da, wo die Leiche liegt, liegt auch die Bombe. Mach' mal ne Granate fertig aus dem Maus. Ja, das war's. Ist nicht, nehm' die ab. Pass auf, die werden rauskommen noch. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Ne, aber du hättest... Du solltest nicht gekillt. Du hast da eine A-B für 4000 liegen. Ah, das wär' gegangen. Okay, lasst... Ähm... Mach' mal A, lass A gehen. Zwei lang, zwei kurz wieder. Jo, ich geh wieder weg. Jo, der Klassiker. Dann geh' ich wieder kurz. Flash hab' ich. Dann komm' ich auch mit A-Q-1. Ach komm, ich treff' mit der scheiß A-B einfach nix. Dann hol' sie nicht. Ja, ich... Ich will halt da wieder aufgehen, also... Da steht noch einer direkt. Es ist aber nur einer... Oh, ich hab' mich halt die Flash erwischt. Oder war das... Ja, ja. Flash. Oh, da... Warte, ich... Da sitzt noch einer. Oh, die Waffe hätte ich nicht kaufen sollen. Die hab' ich gar nicht... Die hab' ich zu spät gesehen. Warte. Ich schmeiß' noch eine Flash. Toll. Ah, ich seh' nichts. Wo ist die Bombe? Wo ist die Bombe? Geh... Warte, ich guck' noch um die Ecke. Geh' blenden. Blenden, blenden, blenden. Lang ist immer noch Craps drin. Ich sicher... Kurz, da kommen sie. Lang ist Craps drin, Kapuze. Hinter die Korps jetzt. Ey, du hast die Bombe. Was sicherst du? Du musst blenden. Ich hab' die Bombe? Ja. Och, scheiße. Das hab' ich gar nicht mitbekommen. Ups. Weiß. Ich hab' nicht aufgepasst. Blende einfach. Blende einfach. Ich möchte nicht wissen, was ich da gerade denk'. Ich hatte irgendwie... Die ganze Zeit im Kopf jemand anders hätte die Bombe. Ja, kann ja mal passieren. Ich sicher CT. Ich guck' A lang. Da hüpft doch was. Hast du's gesehen? Ja. Da ist doch jemand, hallo. Warte, ich... Julia, die... Der konnte aber nicht. Ich hab' dir noch einen Molotow um die Bomben gehauen. Wo lang? Ja. Zwei lang. Zwei kurz. Ja, ich geh' aber nicht mal kurz. Weil ich die Bombe habe. Es kann aber sein, dass... Irgendwann mal dagegen wirken, weißt du? Es kann sein, dass wir dann irgendwann mal drei mehrere umstehen haben. Zwei lang. Äh, zwei B würde ich. Zwei B. Also genauso wie sonst. Ja, ja. Es sind nur zwei B. Oh, shit, shit. Ich bin reingerannt, ich bin reingerannt. Okay, ich hab' ihm einige Treffer mitgegeben. Hast ihn? Ach, das gibt's doch nicht. Äh... Was ist das denn? Was ist das denn? Hat man seine Strategie geändert, ausnahmsweise. Ach Gott, jetzt macht er das Ding da. Ich treff' nix! Dann spiel' die doch nicht! Warum?! Bitter schlecht! Ah, HP, ich hasse dich! Ich spiel' mit der Glock. Okay, die hauen sich gegenseitig tot. Ah, lang sind noch einige. Ich glaub' da waren noch mindestens zwei. Ja! Wie er da rumwurft. Oh, ehrlich! Oh, ehrlich! Kann der von euch mit der Aave? Ich treff' da nix, ehrlich. Nein, wir brauchen auch, ehrlich gesagt, jetzt momentan keine Aave. Okay, dann scheiß auf Aave, ja, da. Wohl dir ne stinknormale Rifle, dann brauchen wir dich mehr als bei der scheiß Aave. Ja, ehrlich. Ich bin so sch... Ich kapier's nicht. Lang damit. Absolut nicht. Ja, drei lang, drei kurz. Ich verrecke immer, sobald ich um Ecken muss. Jede Ecke tötet mich. Dann müssen wir... Ich hab' nicht versteckt. Gott! Warum hab' ich auf einmal einen Monothoff-Cocktail in der Hand? Weil drüber gelaufen bist und jemand einen hatte. Das solltest du, das solltest du ausstellen. Ja. Dass du, dass du sofort wechselst. Das kann... Okay. Deswegen hatte ich vor, haben plötzlich nicht mehr die Bombe in der Hand. Okay, du, ich denke oben. Neben uns seiner. Diese Kapuze, da kann man nicht mehr brauchen. Oh, Aave, 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 Aave. Ah, Horchi, okay, mit der Aave. Aber ich hab' mitgegeben, 48. Oh, komm, oben war kurz, war auch noch Erde. Oh, okay. Äh, wir gehen jetzt, ich denke mal, wir gehen. Ich hab' ne bessere Idee. Ich glaube, ich mach' jetzt ein bisschen Krawall auf A und ihr geht B. Ah, okay. Okay. Oder? Ich meine, jetzt können wir beides nicht machen. Dann schmeiß' auch die Keulen weg, oder? Ich muss ja sagen. Kann der eine Smoke in die Mitte, Nancy? Kann der eine Smoke in die Mitte werfen? Ich bin mal Alarm. Hab wohl zu geweckt, haben wir Blend? Bei Aave versage ich ohnehin immer. Okay, die haben schon wieder... Ah, ich hab' die Waffe vergessen, ich hab' nix. Kann ich mal zurückgehen? Okay. Blend ist bereit. Ja, dann... Ach so, ich hab' die Bombe. Ah, ich konnte ihn nicht treffen, weil du direkt vor mich standest. Geh du, der verstehst du denn da? Ja! Wie soll ich bitte? Wie soll ich denn helfen? Rein, rein, rein! Da oben ein Fenster, Fenster, Fenster! Da kommt oben raus Kapuze. Äh, mach' mal ein Defi... Äh, ich tu' so, als wenn du die Bombe blendest und dann guck' hoch, dass du gleich den noch schießen kannst. Erstens blöd. Weißt du, was mein Fehler gerade war? Ich konnte dich picken. Ich hab' vergessen, ne Waffe zu kaufen. Ich stand hier jetzt nur mit meiner Glock da. Ja, das war total professionell. Ich hab' die Bombe. Ich hab' die Bombe. Lass' B, lass' B, lass' B, lass' B. Zusammen? Ja, entschuldige. Ja, ich geh' aber definitiv nicht mehr vorne mit. Ähm, mach's mal so, dass er jetzt keine Steps macht. Lauft jetzt mal ohne Steps rein. Also, äh, Shift gedrückt, halten rein. Ganz langsam. Lichtsteuerung, wer dem ist? Shift. Shift. Ja, man soll nicht hören, dass du reinkommst. Dann hätte er nämlich jetzt die Brand nicht geworfen. Ach so, ich dachte, das geht immer nur mit Steuerung. Oh, er hätte, glaub' ich schon. Okay, Flash. Einer Fenster, einer On-Spot, einer, äh, Auto. Ich nehm' Fenster. Das ist keiner. Der ist Koppel, das ist der ist Koppel. Ist der ist durch? Armin? Äh, komm' B, schnell, los, B, 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 B. Auf geht's, rein. Ja, die Bombe. Ich hab' die Bombe. Ja, schnell blenden. Blenden, blenden, blenden. Okay. Ja, ich warte dann auf ein bisschen. Ihr sagt, dass ich darf. Nein, du musst ja mitgehen, du bist ja auch Unterstützung. Ja. Ich guck' auf Fenster. Ich decke, ich decke Karten. Muss aber nachladen. Oh, mir liegt. Alles klar. Deckt für Fenster, okay. Ja, ja, ich guck' auf Fenster. So, Tür. Mach's dir eh gerne, du musst Türen machen. Ja, ich hab' Türen. Mach' beides, ja. Äh, Steps, Cutters. Ja, stimmt, ja. Oh, der war zu hoch. Ist einer durch? Ne, ich hör' die Ahnung. Ja, er ist durch. Ja, er ist durch. Wir müssen wahrscheinlich dann zur Tür raus. Jetzt musst du langsam weg, ne? Ja, der doch nicht durchs. Aber jetzt. Jetzt kommt einer Fenster. Ja, aber das schaffst du nicht. Lauf. Lauf, lauf, zurück. Lauf, 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 lauf. Und dich blockieren. Wieso denn? Wieso denn? Dir passiert doch hier nichts. Ja, ich kann doch... Jo, ich krieg ja auch Schaden. Ja, ne Schaden, aber das ist doch egal. Nein, ich hab' CHP. Das ist nicht so wurscht. Ach so. Okay, gut. Dann, äh, was machen wir? Gut. Ich wär' ganz, äh, wenn wir die Aufteilung jetzt ein bisschen machen. Ja, ja. Also, Leute, jetzt sind wir City. Wir sollten uns jetzt drauf einspielen, dass wir immer entweder... Ich denk' immer lang. Jule deckt, sag' wir, immer kurz. Wir sollten uns... Also, was wir immer machen. Also, ich geh' B. Dann mach' ich lang. Mach' ich lang. Du geh' B. Du geh' B. Jule, du gehst B. Ich geh' kurz. Ich geh' kurz. Ich geh' kurz. Äh, Rush B, Rush B, bitte. Okay, Rush B. Gut, dann verschieben zu B. Also, alle, sagst du, sagst du alle? Ja, ich hab' gesagt Rush B. Also, Rush B. Das heißt, wir müssen's kommen alle. Doch. Rush bedeutet's kommen alle. Wir sind hier wirklich Anfänger, ne? Gut, dann vergesst das nicht. Ach, kein Pro. Ähm. Ach, Julia. Toll. Mach' Fenster, ja. Mach' Fenster, ja. Ah. Und wo haben die mich jetzt gesehen? Von hinten. Vom Eck. Vom, äh, Plateau. Nice. Einer lebt noch. Jetzt defusen. Ähm. Alle tot? Ja, alle tot. Wer dem ist, wo warst denn du jetzt gerade? Er war beim Fenster. Er war gut. Nein, vorher, meine ich. Vorher? Ah, kurz. Ähm. Wer dem ist, du kommst mit mir jetzt mal B. Und Julia geht mal mit kurz. War's B kurz? Nein, du gehst kurz. Was wie, hä? Was kaufen wir? MPs? Äh, jaja, MPs. Ne, A, meine ich. Du nimmst jetzt mal wer dem ist, das Sport. Ah, kurz stand ich ja gerade. Wo soll ich denn dann hin? Ne, Julia soll den Sport und wer dem ist nehmen. Also, im Idealfall sollte einer bieten, aber wir haben keinen. So gut, da guck ich jetzt wer wohin rennt und dann bin ich in die andere Richtung. Das heißt, machen wir zwei lang, einer kurz, zwei B. Ich muss gestehen, dass ich mich aus dieser Perspektive jetzt von der Map total schwer tue. Ah, kata, kata, kata. Das ist doch selbe Web. Okay. Ja, ja, ist schon klar. Die Bombe liegt bei uns? Oh, Leute. Hinten? Oh, gut, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Einer ist noch drinnen, glaube ich. Mhm. Gut, wer ist hier bitte? Julia, gehen. Aber bei mir erst. Bombe liegt hier bei mir? Bombe liegt B. Julia, du kannst rennen, nimm das Messer in die Hand und lauf los. Aber warte, jetzt geh, 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 geh. Welter scheine mich um? Passt. Oder so, sehr gut. Ja, also, okay, dann machen wir es so. Julia, Julia, du gehst mit mir. Okay. Wir laufen jetzt links und dann nach vorne. Okay. Okay. Ähm, wer dem ist, warte mal, wer geht kurz von euch? Wer will kurz gehen von euch? Ich geh B, ja. So und die zwei. Wer geht mit, okay. Ich geh jetzt da, wo ich jetzt gerade war. B. Okay. Aber es sollte einer kurz gehen, es sollte einer kurz gehen. Wer ist das? Mitte. Nicht kurz. Mitte. Was, Mitte? An der Tür? Eigentlich heißt es Mitte, nicht kurz. Ach doch. Der soll denn nicht kurz am On-Spot liegen. Ah, die Smoke war scheiße, Peido. Äh, komm. Äh, komm. Ja, bleib hinter dieser Ecke stehen. Rechts. Ja, genau. Hier kam einer. Da kommt einer. Einer oder mehrere? Einer. Da kommt noch einer. Was hast du im Auge? Kommt. Wie meint's das? Ob du auf die Karte guckst, oder? Äh, ne. Ich geh jetzt los. Ich verschieb schon. Ach so. Wär ich nicht mitbekommen. Wie sieht's aus bei euch? Ja, lag ich halt. Wo liegt die Bombe? Äh, Bombe liegt nicht bei mir. Weiß ich nicht. Wo sind denn die bei A? Lang. Also... Ja, der kommt über lang. Ich hab's der... Ich hab was gehört. Äh, jetzt kommt er über kurz. Äh, der hat gerade die Bombe weggeschmissen. Mit Absicht, glaube ich. Der hat gerade die Bombe, glaube ich, weggeschmissen. Ich bin mir nicht sicher. Es sah jedenfalls gerade ebenso so aus, oder? Warte, warte, warte. Psch. Der kommt lang. Ich behalte kurz im Auge. Ich hab lang. Wie ist der? Keine Ahnung. Peter? Hm? Äh, wo bist denn du? Äh, hinter den Fässern. Und guck auf A lang. B! B! Wisse, das wollte ich nämlich gerade fragen. Einer hätte immer noch nach B gehen sollen. Achso, ich dachte, verschieben es immer alle. Äh, ja, verschieben schon. Aber in dem Moment war ja nur einer übrig, der muss die Bombe planten. Der hat das unten, also, äh. Ja, ich komm mit. Läufst du, oder schleichst du? Oh! Ich hab mich, ich hab grad... Go, 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 bei dem ist. Ihr könnt ruhig laufen. Ah, okay, passt. Ich hab grad... Scheiß geflasht. Ich hab... Ach, sind eh alle tot, okay. Ja... Bin ich grad ziemlich... Warum ich das jetzt gerade gesagt hab, ist, weil nur einer übrig war, und er hatte die Bombe, weiß er. Und in dem Moment geht er ja zu dem Spot, wo keiner ist, und das war halt B. Naja. Julia? Ja? Äh... Eigentlich sollte immer einer lang gehen. Aber wir gehen jetzt auf, ja, normalerweise sollte einer in der Mitte decken. Aber, was ich dir zeigen kann, ist, äh, A lang allein zu halten, ist ziemlich schwer. Also, da... Ich sag jetzt nur, was mir Darlow gesagt hat. Deswegen... Ich hab ne Brandgranate. Deswegen werfe ich bei A lang immer ne Brandgranate. Weil, damit sie, äh... Da laufen sie nicht durch. Du gewinnst dadurch Sekunden. Habts gesehen, ja. Da kam grad einer. Genau, genau. Er kann halt sich durch. Das heißt, wir gewinnen Sekunden und können uns positiv... Flash? Ah! Das mach ich immer bei lang. Also, immer wenn ich so geh, wirf ich immer ne Flash. Aha. Habt ihr schon was? Geht's denn? Ah! Scheiße, A gebiert mich erwischt. Wo? Über Mitte. Also, A kurz. Kommen sie, drei, drei Stück. Okay, Julia, bleib da und sag an, wenn wer kommt. Okay. Drei, A kurz. Okay. Äh, komm mit verschieben. Wir verschieben noch kurz. Ich brauch kurz Hilfe. Komm, 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 komm. Es ist ein On-Spot inzwischen. Fuck! Das gibt's doch nicht! Die kamen hinter A lang, es sind drei Stück. Ja. Ach, ehrlich. Schießt mir der... Agi... Agi-Pink-Kopf hab ich den... Äh... 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 Ja, ich brauch... Wieso? Habt ihr eigentlich nichts? Ja, ihr... Ich kann mir nichts mehr... Ja, warte, dann komm ich dir was. Hier. Ja. Da hast du ein Gewehr. Achso, ja. Sorry. Okay, lauf, Julia, lauf, Julia. Dankeschön. Ich hab das war zu langsam. Ich hab da dabei. Okay, die ist... Weißte... Mitte... Da kommen wir an der Kapuze. Hast du grad die Smoke geworfen? Nein. Komm, wir verschieben über Cutters. Ich glaub, ich war geschlagen selber. Einer noch... Agi-P ist kurz. Okay, warte, ich geh kurz. Ich... wir verschieben auch. Wir kommen durch Cutters. Wer kommt? Da waren aber zwei. Einer hab ich erwischt. Einer hab ich erwischt. Einer hab ich erwischt. Einer hab ich erwischt. Hast du ne Granate? Der ist kurz. Ich hab ne gerade gesehen. Der ist hier gerade langgelaufen. Mhm. Wir kommen von hinten. Denk ich mal. Julia, der kann vielleicht von... Wo du... Wo bist du grad? Weiß ich. Ich bin grad da, wo du die Granate eingeworfen hattest. Ich bin mir jetzt auch mit P90. Da ist aber keiner mehr. Ja, dann geh weiter, Julia. Warte, ich bin jetzt mit. Wir kommen jetzt über Cutters, glaub ich, oder so. Die gehen zu... Über Cutters nach B. Julia, gib B, komm. Ja, ich bin B. Geh unten durch die Tunnel. Dann bin ich nicht. Nee. Nicht da lang. In die andere Richtung. Was, jetzt doch da lang? Da lang, klar. Jetzt hier in der Mitte runter und dann nach links. Ach so, Mitte runter, ja. Ja, Schüsse. Oh, ehrlich. Beide Stück sind auch da. Mac Manious und nicht da. Ja, Julia. Die wissen eh, wo du bist. Lauf, 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 lauf hier, lauf hier. Rechts, rechts, rechts hin. Wer ist dahinten? Fuck. Ich hole mir jetzt auch eine P90. Nee, wir müssen eine Echo machen, oder? Ich hole jetzt gar nichts. Ja, Echo. P90. Ähm, naja, das ist doof. Äh, okay, dann müsste ich jetzt auch was holen. Äh, es, 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 es geht ja. Ich habe, es passt schon. Ja, ich hatte doch, naja, ich hätte eigentlich Schneider gehabt. Ja, das schon, aber normalerweise sollte ja jeder eine Waffe haben. Ja, ja, richtig. Aber nicht einer mit einer Pistole und das ganze Team hat dann Waffen. Ach nee, ich muss ja eine Richtung. Deswegen, deswegen kauft ja der andere dann meistens was wir haben. Ich glaube aber die rushen immer nur B. Ja, jetzt kommen sie B. Okay, äh, Julia zurück und verschieben. Aber die Gin, ja. Verschieben, wir verschieben, komm, Julia. Okay. Ich habe schon zwei Leute gesehen. Bei dem bist du nicht so, ja, passt. B, ja. Ja, ja, ja. Scheiße. Geh Fenster. Durch Fenster kannst du direkt aus Craps schießen, sehr gut. Craps habe ich schon. Und einer steht noch links am Tor. Also einer neben Tor. Doch, einer, einfach. Nice, kaputze. Jetzt weißt schon, warum ich die P90 haben wollte. Da kaufen wir jetzt alle normal, ne? Ja, jetzt können wir wieder normal kaufen, weil wir haben ja gewonnen. Das geht ganz gut. Ich behalte noch die P90 eine Runde. Ich smoke jetzt direkt, wie, damit die gar nicht erst reinkommen können. Weil da haben wir ja den Vorteil, dass sie nicht sehen und... Warte, ne, kein Feuer, ne? Ich smoke direkt. Ja, ich weiß nicht, wenn das ist, der Vorteil ist für die und für uns. Weil wenn die da durchkommen... Äh, wo, Kapitiflash? Nö, das ist ein Vorteil für uns, weil die sehen nischt. Middle, glaub ich. Wir können da nicht durchgucken. Da kommen sie, ja, wir kommen. Alle? Wie viele? Zwei zumindest. Jule, bleib da, Jule. Okay. Die Bombe ist, die dauer? Ja, alle, alle. Okay, Jule, kannst kommen, wenn alle herrscht, dann... Wow, shit, wirklich alle! Fuck! Ich geh unten rum durch CT. Jule, ja denk, äh... Wo? Jaja, Jule, ja versch... Wo sind die, wo sind die, wo sind die, wo sind die? Ey, kurz, 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 kurz. Ja, shit. Wo kannten auf einmal Craps schießen gelernt? Das konnte doch eben noch nicht. Hehehe. Nein, was machst du? Was soll ich... Was soll ich... Am Vorlauf, es bringt dir nichts zurückzugehen, da weiß er, wo du bist. Ja, und? Aber wenn ich vorlaufe, bin ich, äh, schießen fünf Leute auf mich. Nein, aber wenn du schon... Du hast ne P90, du kannst da durchmähen, also ich wär jetzt nicht zurückgegangen. Ach, das ist doch Quatsch. Und, wie du meinst? Ist jetzt ein Fünf-Leute-On-Spot, wenn ich um die Ecke gehe, Ja, aber da war doch nur einer. Da war einer. Ach, für mich gibt's da keine Diskussion, und so kämme ich gegen einen und nicht gegen fünf. Alles ist gut, wir haben uns jetzt wieder lieb. Seid lieb zueinander. Seid lieb zueinander. Genau. Wir spielen nur Krieg, alles ist gut. Ah, scheiße. Wo ist der? AGP, Mitte. Okay, äh, Jule bleibt da, ich glaub... Er ist jetzt On-Spot. Ja, ja, die ist... Ach, komm, ehrlich, ey. Ehrlich, ey. Da... Das gibt's doch nicht, ehrlich. Die Rush, die kannst du nur kurz. Na, dann sollten wir mal dagegen arbeiten. Wenn's klappt. Naja, die Waffen weiß doch nicht, ob das... ... das ständig so bleibt, aber die werden das wahrscheinlich wieder so machen. Ich würde ganz einfach... Ja, fuck, wie sie hier irgendwie zu viertal auf mich abfallern. Ey, warum hab ich da mal ne andere Waffe in der Hand? Scheiße! Warum hebt man die denn auf, wenn man drüber läuft? Was ist das für ne Scheiße? Wenn du keine andere Waffe auf dem Slot, dann hebst du die automatisch auf. Ach, so ne Kacke. Kannst du abstellen, dass er die automatisch wechselt. Können wir mal kurz... Können wir uns jetzt echt was anderes überlegen. Es gehen jetzt mal... Es gehen jetzt mal... Ich geh jetzt mal alleine auf B. Und dann gehen zwei auf kurz und zwei gehen direkt auf A. Ja, ja, ja. Alles gut. Weil das ist das Beste. Ja, ich geh wieder kurz. Das heißt, ich mache was? Du gehst mit mir mit. Kannst du mal? Ja. Aber es geht nur zwei kurz. Die Nancy geht jetzt alleine. Mhm. Vielleicht die Karoffel lang. Wird nicht lang gehen, weil ich da bin. Okay, geht die wieder kurz? Ja, 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 ja. Agipi, ah. Er hat mich. Wir laufen alle. Einer sehe ich. Also bis jetzt sehe ich nur Agipi. Ich verschlieb schon. Ne, es sind nicht alle. Es sind nicht alle, oder? Aber der Rest kommt. Ich glaub schon. Aber es sind nur zwei bisher. Okay, kurz, dann haben sie ein Problem. Na gut, dann bleibe ich hier und gucke auf lang. Nancy bitte nicht einfach so lang laufen, weil genau da ziehe ich hin. Ja, es kommt ja noch niemanden. Sind die weiterhin alle kurz? Ja, ja, aber die gehen jetzt, die werden jetzt B gehen. Wartet mal, ruhig, ruhig. Ich sehe die ja, wenn die B gehen. Einer, einer ist oben. Die werden B gehen. Die gehen B. Hey! Die gehen B. Oh, kaputt so, du kranker Typ. Einer nur noch übrig. Einer nur noch, Leute. Ja, der kommt gerade bei A kurz her an. Ich hab ihn. Das war jetzt aber auch. Ich konnte nicht schießen, ey. Okay, Cernox-Rode, Leute. Jetzt geht's. Jetzt zählt's. Kann mir jemand... Ich glaub, die gehen jetzt B. Es könnte jetzt sein, dass die B gehen. Weil die denken sich, oh, wir sind zu smart. Sollen wir eine normale Verteilung machen, ja? Ja, mach normal. Es gehen zwei B. Ich glaub, die gehen jetzt B. Ich geh wieder kurz. Vom Gefühl her. Das stimmt, weiß ich nicht. Soll ich B direkt mit einer Molly belegen? Ich würde es auch sagen, dass sie jetzt B gehen, weil sie jetzt nicht weitergekommen sind. Dann müssen sie ja auch was anderes machen. Ja, B kriegen Molly. Okay, Jule, du deckst? Ja. Sag mal, wenn ich was anderes machen solche. Sag bescheidisch begucken mit Mitte der Zeit. Warte, ich geh. Ich geh, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh, bitte Jule, du bleibst da. Ja, die kommt B. B, B. B, alle? Aber in AGP? Minus eins. Ich seh sonst keinen. Ich lad nach. Oh, da kommen sie scheiße. Geben wir auch B? Ich lad trotzdem nach. Ja, ja, B. Okay, ich bin jetzt bitte. Gut gemacht. Sehr schön. Nice. Ich hab fast gedacht, dass das so kommt. Gute Runde. Next one. Jawoll. Ich hab das Feuer gemacht. Das war gut. Das war gut. So, wir müssen noch abmoderationen, weil Daniel wird wahrscheinlich wiederkommen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Weiter geht's beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.